Mal gucken, ich weiß nicht wie lange ich kann Ist ja egal, wir können ja in jeder Zeit auch ausreichen Ich will rumtrinken noch Ich will 1000 Gold Challenge Hier die Waffen sind für die Assassin-Class Ein Quest mit den Wurfwaffen um es zu treffen Kann ich... Ich kann leider nicht sehen, wie man die 1000 Gold ich schon geschafft habe Wollt's? Sollte eigentlich nicht allzu viel sein, weil... Sollte Wollt's 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 Aber es ist eigentlich eine coole Idee, um so klassifisch zu schalten. Wow... Du, ich werde kippen. Toll. Loll, das spuckt Gold aus. Ich habe kein Trippie freigeschaltet. Das ist einfach... Du musst Pilze essen. Hast du auch kein Trippie? Und droppt nichts mehr. Der hat einfach ein Schnurrbart. Die Steuerung ist gerade ultra creepy. Gut Job, Max. Gut Job. Ey, die Steuerung ist gerade ultra... What? Wenn sowas. Ja. Ich will... Ich will... Ich will... Es ist die Gegend von mir. Das war's für heute. Wow. 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 Ich kann halt jetzt über die ganzen Web springen mit einem Jump. Ah, ich finde es gut. Jajam. Okay. Okay. Was für uns? Oh, sie wollte ich ewig dauern, Alter. Execution habe ich beigeschaltet. Wow, in die Bombe gewollt. Okay, ich glaube, ich habe das Gold geschafft. Ich habe Sailing the Seven Seas geschafft. Ich habe alles. Ich habe den Piraten freigeschaltet. Ich könnte jetzt, okay? Warte, warte. Ich habe hier gerade etwas richtig geiles am Laufen. Das Spiel ist einfach... Was spielst du? Okay, hast du verloren? Ich habe den Teufel wohl betrogen, also scheiße. Du hast den Teufel betrogen? Wo ist denn sowas? Ach, Mann. Na guck mal, ich fettig bin, Alter. Wo ist das denn? Eigentlich bin ich nicht. Ich kam in den Piraten und habe den Piraten freigeschaltet. Echt? WTF? Wie? Keine Ahnung. Ich habe es gerade... Es kam gerade die Meldung. Ich habe Sailing the Seven Seas freigeschaltet. Holy shit, bist du groß. Aber eigentlich muss man das jetzt weiterspielen, oder? Was? Ich habe mit dem... Oh, was ist hier von euch unten? Warte, jetzt... Du hast... Du hast eine dicke Frau. Warte, ich... Man konnte hier glaube ich trinken. Hier hinten. 5-2-3. 5-3. Early in the morning. Schafft. Das ist schwer. Das wird schlechter als meinen. Ja, aber nicht als meins. Also das ist halt einfach länger. Was wer halt eigentlich geknimmt. Okay. Neue Idee. Dein Piratenspiel. Der wirst du nicht betrunken. Und ich bin tot, quasi. Mega-stagert. Also ich kann nicht mal noch gerade laufen. Du hast halt... Warum hast du denn... Warum hast du denn Teufel getrunken? Ich hab mit dem Teufel Karten gespielt. Hast du gefunden? Ja, ich hab ihm Geld gegeben. 13 Dollar oder so. Und dann... Freier billig. Doof ich mir ein paar Karten aussuchen, sei ich jetzt immer so, ne? Das ist jetzt schuldig, würde ich sagen. Da ist Strafe. In die Teufelskarte kamen dann... ...die Größe und... ...die Drachen, die da waren. Aber lässt sich mit leben, oder? Kann man mitarbeiten. Ja, ich hab' einen Teufelskarte auf ihrer Lebenshöße, ne? Ja, ich hab' einen Teufelskarte auf ihrer Lebenshöße, ne? Ja, ich hab' einen Teufelskarte auf ihrer Lebenshöße. Ach, geht nicht. 75. Ich mein' Maximum. Kann mir nichts kaufen. Maximum ist 75. Ach, aktuell hab' ich 36. Oh, ich hab' Maximum... Warum hast du denn... Hä, du bist viel größer als du nicht? Wahrscheinlich wegen dem Teufel. Das Spiel ist halt schon cool. Obwohl ich gerne in Piraten spielen würde. ...komm rüber hier... ...komm rüber hier! Wiiiih! Das war's. Oh oh, komm mal bitte mit Ich bin Exorcist Noll Ich hab mal den Teufel aus Oh, ich hab wieder 100 Leben, mein kleiner Oh Dann hast du den Teufel ausgetrieben Ja, ich bin jetzt geheilt Ich glaub es ne Heilung ist Alter So grobe Wow, du bist so gut im Treffen Ich hab Ich jump jetzt aus Versehen einfach manchmal random Was ist das denn? Wo ist das denn? Bows, Liking, Balls, Randomly Ich Ich hab Schlucker auf Also Ich hab jetzt Schlucker Ich hab schon mal 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 also die tausend gold eigentlich schon weiß ich nicht wenn sie öffnet bin ich tot ich hab zwei hast du alter dass die türe ist offen aber 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 was braucht man denn tausend gold die tausend gold 20 kisten und drank in the morning ist eigentlich auch passend wenn ich mal wehen für den piraten steht in die tausend gold steht es ins gold habe ich noch nicht ich hab immer noch 15 leben parkt und bogenschützen dann komm ich bin da ich bin tot wenn du mich verlassen hast ich bin auch tot ich habe auch nur zwei sekunden länger überlebt in den anderen raum ich könnte woher weiß ich denn wie viel mir davon fehlt keine ahnung willst unbedingt noch den piraten auswählen das ist wie kann ich denn schießen mir ich habe 887 ich bin auch nicht 50 ich weiß nicht wie ich schießen kann ich finde irgendwie 200 ein bisschen weniger wenn ich schieß ich bin ein pirater nicht schießen kann angeblich instead of dashing stand da ich bekomme random immer rumflaschen ich bekomme random immer rumflaschen ah ok oh lol ich habe jetzt was von die schießen bei warte mal ehhh reloading ich muss reloaden als ob du tot bist ich wollte dir die hexe angreifen Und du bist ohne Pfannerei Ja Warte mal LOL ist ja geil Ist ja geil Ok Ich sterbe wahrscheinlich an dieser Küste Ja Ich sterbe ziemlich safe an dieser Küste Nein, ich hab noch zwei Leben Mh 18 Ja Warum hab ich wieder 90 Leben? Was passiert? Wo bist du gegen dich hin? Ich versuche Gegner runter zu schubsen, das ist echt schwer wenn die nur Echsen sind Aber wo bist du denn mit welcher? Wie weit bist du gelaufen hier? Wo der Gegner dich schubsen kann Gibt's nicht so viele Ach 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 Wie bekommst du keine Ahnung dazu wenn du in meiner Raum bist? Doch, aber Hexen kann ich nicht schubsen Nein, ich hab aber mehr als 8 getötet in der letzten Zeit Du bekommst keine Seelen wenn du in meinem Raum bist Ja Sehr unlucky Ich sterbe aber gleich Wir sind zu viele Echsen hier Ich bin kleiner Ich bin kleiner well oder was? Ja Ist vollsam Ich hab quasi einen Wehr mit drei Schussel richtig schnell wegschießen und das war's und da muss ich ewig nachladen ... ... ... ... Ja, so dead. Nice, Alter. Hast du schon die 20 Kissen? Ja. Stopp. Aber gibt halt Golds oder stopp. Ja. Ich will diesmal nehmen. Oh, diesmal gibt es keinen Teufel. Oh, no. Was ist denn die Hexe? Wo trifft denn der Mensch? Wo ist denn der groß? Oh, das ist die Hexe. Ich bin weitergelaufen, ja. Also in den übernächsten Raum. Oder überübernächsten Raum. Ich bin also einfach richtig mal zu durchgelaufen, das soll ich sagen. Ich dachte, wenn er vielleicht gar nicht so die beste Idee von mir war. Meine Liebe. Oh shit, ich dachte, das wäre das Ende. Ach, scheiße, ey. Ach, weil... Kann ich den eigentlich... Ja, ich kann, ich kann. Ich kann jetzt Lüstung tragen. Ich kann jetzt stehende Gegner greifen. Ich kann jetzt Lüstung tragen. Ich kann jetzt Gegner, die stehen, einfach so hochheben. Ich kann jetzt Lüstung tragen, hab ich das schon mal gesehen. Das war übelst lustig. So, ah ja. Ich kann, weil du mich damit noch selten umwerfst. Ich hab immer noch 4 Reben, aber jetzt fußt es wieder. Wie spielen wir denn das noch? Ich bin 1000 Gold. Ja klar, ich will auch gleich pinnen. Ich brauch da irgendwie so um die 100 Gold. Alter, 3,5 Stunden. Das ist ja echt ein Crazy Boy. Hätte ich nicht erwartet. Weil du eigentlich erst das Spiel machst. Gold! Eins. 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 Hau sie einmal von den Beinen, wenn sie sie sehen. Oh, das ist wieder der Raum, du kannst sie öffnen oder du kannst sie nicht öffnen. Wir haben halt 10 Gold gebracht, Küste. Öffnen wir den? Das war lustig, mach damit mehr Schaden. Du Hexe, Hexe, ich hole dich jetzt. Hexe, ich hasse Hexen. Washing Boots habe ich mal gestoppt. Alter, es gibt zu viele fliegende Messer, die kann man gar nicht allen ausleiten. Oh, das ist wieder der Raum. Verloren. Oh nein, ich bin so gut. Verloren. Ich weiß nicht, wie wir die Spitzen da waren. Oh nein. Ja. Ja. Har jeg bare støt eklæder? Alter. Glaub ich lass es. Willst du mich verarschen? Geht doch. 1. Was ist das? Ah, damit kann man sich jeden Raum um 10 Leben healn. Ist doch nett, oder? 1 zu fokus, damit ich wäre da. Okay. Ahoi. Okay, lassen wir es. Wer da? Achso, ich bin da. Du bist halt gleich, dass ich sterbe und dann bin ich wiedergelebt. 1 zu fokus. Alter. Ich glaub, so bringt das auch nicht viel. 5. 5. Cap useless. Du wolltest nichts treffen, was halt immer für alles ist. 5. 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 6. 6. 5. 7. 8. 10. 10. Pfff, 10 Crêb echt kein Gold, WTF 38 Gold ist ja mit Aaaaaaaaaat Den kann ich nicht hochheben, den kann ich aber wegschieben, der ist hafrein mit meinen drei Kommen und Schüsselgebergen. Wenn ich die halt mal treffe, dann macht die echt ne Menge Schaden. Ich darf die aber nicht. Tschüss. Na dann, ich glaub ich könnte sogar genug Gold für dich sein. Unterweile, wenn ich so weitergehebe. Ich brauche schon wieder ein neuer Raum. Ist das ein Flügelände? Ich mach die Wand an. Ich geh die einen Ritter machen. Alter! Alter dumme Hexen! Ich geh die letzte Hexe sein. Ich geh der Ritter sein. Oh, du bist dann auch schon da, ja? Hm? Wir haben noch neun Leben. Holy shit. Ich bin tot. Ich bin tot. Jetzt bin ich tot. Hä? Warum konnte ich die Dinger nicht töten? Und du hastüp Up Pass Sign. Hier ist ein Geist gar nicht mojeоль burdens. Ich schlage erneuer. Und du will. D était- auf die Das vorheader die Hörgruppe. Ha! ich habe warlock freigeschaltet